Willkommen zurück, heute können wir endlich wieder sagen, wir sind auf einem Nenner, wir haben alle Docker Compose, wir haben alle Docker installiert, egal welches System wir haben und wir können jetzt wieder zusammenarbeiten. Dazu öffnet mal wieder ein Terminal, eine Kommandozeile, wie auch immer und führt folgenden Befehl aus. Also im Falle von Linux bzw. Mac braucht ihr noch den Administrator vorne dran, das braucht ihr unter Windows nicht, Sudo und dann einfach Docker Info. Und das sollte euch schon Informationen über euer Docker System ausgeben und wenn das funktioniert, dann habt ihr eigentlich so ziemlich alles, was ihr braucht. Upsala, das ist von vorhin noch, sorry, ich war interessiert daran, was bei mir eigentlich gerade noch läuft im Hintergrund, aber das schauen wir gleich. Wir sehen hier, ich habe einen Container, der auch wirklich läuft, ich habe keinen pausierten Container, ich habe keinen gestoppten Container und ich habe insgesamt 71 Images auf meiner Platte rumliegen. Ich sollte offensichtlich also mal wieder aufräumen, was wir auch noch tun werden, keine Sorge, aber ja, tatsächlich sehr cool. Wir haben hier die Server Version, das heißt die Version quasi von Docker, das ist die Version 1809.6 CE, das ist gerade die neueste Version, also ich müsste eigentlich nicht updaten gerade. Und wir haben hier mehrere weitere Informationen über das, was quasi zugrunde liegt. Das heißt, wir wissen hier, wir haben den Driver Overlay 2, wir haben das Filesystem extfs, wir haben D-Type Support hier drin und so weiter und so fort. Wir haben hier einen Log Driver, also das heißt, wie loggen wir quasi alles und so weiter und so fort. Eigentlich ganz coole Sachen, wir sehen hier unten auch sehr, sehr tiefgehende Systeminformationen, für die, die es interessiert hat, was ich für ein System habe. Ich habe einen Kernel 5.1.8, ich habe einen Arch Linux, ich habe einen, offensichtlich einen Linux, wer hätte es gedacht. Ich habe einen 64-Bit-Linux, ich habe acht CPU-Kerne, allerdings sind das nur, also keine echten acht Kerne, es sind vier Kerne, die zweimal, also die im Endeffekt Hyper-Threading erlauben. Also sind es eigentlich nur vier Kerne mit jeweils zwei Threads. Ich habe hier die fast 12 GB Arbeitsspeicher, mein User-Account hier heißt Morpheus, das ist die ID davon, die nicht wirklich was bringt, keine Sorge. Und das ist quasi das Docker-Verzeichnis von mir, der Debug-Mode, das heißt, ist jeweils auf Nein gesetzt, also das heißt, es wird gerade nicht debugged. Ich habe eine Registrierung, die, beziehungsweise ich bin registriert bei diesem Ding hier, bei dieser URL. Und ja, genau, das ist im Endeffekt alles, was wir hier sehen können, also einen ganzen, ganzen Haufen an Informationen, allerdings noch nicht genau, was eigentlich hier gerade für Container laufen. Das hat mich tatsächlich mal interessiert und da können wir einfach hergehen und sagen, können wir mal bitte alle Container ausgeben, also geben wir mal bitte alles aus, was gerade so aktiv ist. Und das machen wir mit sudo-docker-ps. PS sollte euch bekannt vorkommen, das ist nämlich auch unter Linux ein Befehl, wir werden natürlich noch die ganzen Docker-Befehle detailliert uns angucken, aber wir sehen, dass hier gerade seit 34 Minuten im Hintergrund eine MySQL-Datenbank läuft, basierend auf dem Image MySQL Version 5.7 und das ich vor fünf Wochen erstellt habe, als ich irgendwas probiert habe. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber offensichtlich habe ich vergessen, das Image, beziehungsweise den Container wieder zu nicht mehr benutzen, aber hey, ist okay. Es ist ein wunderbares Beispiel gerade und ja, wir sehen hier drüben auch, was das im Endeffekt war. Das heißt, wir sehen hier allein am Namen, habe ich da irgendwas mit WordPress gemacht und ich glaube, ich weiß auch, was es war. Aber ja, das hat hier nichts in der Serie zu tun. Ihr seht, relativ viele Informationen, wenn ihr diese Informationen bekommt, also einfach nur sudo-docker-Info eingeben könnt und es funktioniert auch, dann habt ihr hier tatsächlich etwas erreicht, sprich, Docker läuft bei euch auch. Ansonsten schreibt mir gerne, dann gehen wir euer Problem gemeinsam an. Gerne auch auf Discord, da geht es dann am einfachsten wahrscheinlich. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.